Hallo und willkommen im RepExpert Training Center. Habt ihr schon mal eine Doppelkupplung getauscht? Wenn ja, war es wahrscheinlich an einem Fahrzeug der VW-Gruppe. Hier sind die meisten Doppelkupplungsgetriebe unterwegs. Aber zwischenzeitlich haben auch mehrere andere Hersteller das Doppelkupplungsgetriebe im Programm. Die Fahrzeuge erreichen jetzt an alle, wo Reparaturen anstehen. Für die Reparatur benötigt man Spezialwerkzeug. Wir haben ein modulares System aufgebaut, das die Reparatur der Doppelkupplung erleichtert. Wie es aufgebaut ist und funktioniert, das zeige ich euch nach dem Intro. Beginnen wir mit dem Basiswerkzeugsatz. Er stellt die Grundlage des modularen Spezialwerkzeugsystems dar. Hier findet ihr alle Werkzeuge, die bei den meisten Doppelkupplungen benötigt werden. Wie zum Beispiel die Traverse, um die Doppelkupplung von der Getriebeeingangswelle abzuziehen bzw. aufzupressen. Der Basiswerkzeugsatz ist immer in Verbindung mit einem fahrzeugspezifischen Werkzeugsatz zu verwenden. Hier zum Beispiel VW. Mit diesem Koffer und dem Basissatz können trockene Doppelkupplungen bei Fahrzeugen der VW-Gruppe 0AM und 0CW der Generation 1 und 2 getauscht werden. Vielleicht seid ihr auch im Besitz unseres ersten Werkzeugsatzes. Mit ihm kann man trockene Doppelkupplungen an den 0AM-Getrieben der Generation 1 bei Fahrzeugen der VW-Gruppe tauschen. Ihr könnt dieses Werkzeug problemlos an das aktuelle Werkzeugsystem anpassen. In Kombination mit dem Ergänzungssatz ergibt sich der gleiche Inhalt wie beim Basis- und dem VW-Satz. Jetzt gibt es ja nicht nur trockene Doppelkupplungen von VW, sondern auch von weiteren Herstellern. Mit diesem fahrzeugspezifischen und dem Basis-Werkzeugsatz könnt ihr trockene Doppelkupplungen bei Ford, Hyundai, Kia, Renault, Dacia, Smart, Mercedes-Benz und Gili tauschen. Hier sind die speziellen Hülsen, die Abziehhaken und die Gewindebolzen für das Hyundai-Getriebe enthalten. Das ist der erste fahrzeugspezifische Werkzeugsatz für Renault. Wer den Koffer hat, kann ihn mit einem Erweiterungssatz an den Inhalt des neuen Koffers anpassen. Weiterhin gibt es einen fahrzeugspezifischen Werkzeugsatz für Ford 1,6 und 2 Liter Benzinmotoren. Hierin enthalten spezielle Schablonen, um die Haken zu positionieren, die Abziehhülsen und Griffe, um die Kupplung aus dem Getriebe zu entnehmen. Die Doppelkupplung dieser Fahrzeughersteller hat eine Gemeinsamkeit, und zwar die Transportsicherung. Bei einer neuen Doppelkupplung ist die Transportsicherung arretiert. Solltet ihr eine bereits verwendete Doppelkupplung wieder einbauen, müsst ihr die Transportsicherung mit Hilfe des Rückstellsatzes aktivieren. Kommen wir zu zwei Werkzeugsätzen, bei denen ihr keinen Basiswerkzeugsatz benötigt. Zum einen der Werkzeugsatz für trockene Doppelkupplungen für die Fahrzeughersteller Alfa Romeo, Fiat, Jeep und Suzuki. Mit diesem Werkzeugsatz könnt ihr das ZMS zurückstellen, die Doppelkupplung tauschen und Teile des Ausrücksystems auswechseln. Mit diesem Werkzeugsatz könnt ihr nasse Doppelkupplungen bei Fahrzeugen der VW-Gruppe tauschen. Das betrifft die Getriebe DQ250, DQ380, DQ381 und DQ500. Wie ihr seht, ist der Austausch der Doppelkupplung ein umfangreiches Thema. Deshalb haben wir Informationen in Form eines QR-Codes bei jedem Repset 2CT und jedem Werkzeugkoffer beiliegen. Unter diesem Code findet ihr Broschüren, Einbauvideos und weitere Hinweise zu den Doppelkupplungen. Das war's aus dem RepExpert Training Center. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020